Auf einmal wird es ganz konkret, Manu und Conny Reimann sprechen über einen Umzug nach Costa Rica. Oft wurde in den letzten Jahren darüber spekuliert, ob Manu und Conny Reimann Hawaii früher oder später den Rücken kehren könnten. Doch stets stellten die beiden klar, Hawaii bleibt ihre Wahlheimat. Nun klingt das aber plötzlich ganz anders. Ziehen die Reimanns nach Costa Rica? Zuletzt hatten bereits viele Fans bei Instagram vermutet, dass die Reimanns sich Costa Rica als neuen Wohnort ausgewählt haben. Punkt N, die beiden waren kürzlich innerhalb weniger Wochen gleich zweimal vor Ort. Jetzt ist klar, das Land ist tatsächlich eine Option für einen Umzug. In ihrer Doku Willkommen bei den Reimanns werden die TV-Stars von Kameras bei ihrer Reise nach Costa Rica begleitet. Erst einmal wollen sie dort aber Freunde besuchen, die eben genau dorthin ausgewandert sind und von dem Paradies schwärmen. Punkt Manu jedenfalls ist in Gedanken bereits beim Umzug. Doch warum überhaupt der Abschied von Hawaii? Costa Rica wäre wieder etwas komplett anderes, erklärt Manu den Grund. Es ist also die Abenteuerlust, die die Reimanns umtreibt. Manuela Reimann hat ein Problem mit Costa Rica, allerdings steht noch eine Sache zwischen dem Paar und ihrer neuen Heimat, Manus Vorbehalte gegenüber der Tierwelt in Zentralamerika. Denn dort gibt es unter anderem Schlangen, Skorpione und Affen. Besonders letztere machen der TV-Persönlichkeit zu schaffen. Punkte noch ist Manu optimistisch, aber das muss man sich halt mal selber angucken, erklärt sie. Als Conny kritisiert, dass die beiden ja noch nicht einmal vor Ort gewesen seien, hält seine Frau dagegen, ich kann schon ein bisschen was sagen. Ob sich die Blondine am Ende doch gegen ihren Mann durchsetzen wird, werden die nächsten Wochen zeigen.